Meditations-Adventskalender Pause und genau diese Pause gibt es tatsächlich bei den Gedanken auch und ich möchte einfach Sie heute dazu einladen, mal zu versuchen, genau diese Gedankenpausen wahrzunehmen. Sie sind nämlich gar nicht so leicht zu erwischen, denn meistens hängt sich ja ein Gedanke sofort an den nächsten. Deswegen haben wir gestern das Gedankenzählen geübt, damit wir heute mal genau darauf aufpassen können, welchen Zwischenraum es zwischen den einzelnen Gedanken gibt. Das heißt, in den nächsten 10 Minuten sitzen Sie einfach gerne auch mit geschlossenen Augen da, achten auf Ihre Gedanken, wie Sie kommen, wie Sie vergehen und vielleicht erwischen Sie auch tatsächlich mal eine von den Gedankenpausen. Und wenn Sie eine erwischen, dann versuchen Sie doch einfach mal in dieser Gedankenpause ein wenig zu bleiben und sie vielleicht zu genießen und es einfach schön zu finden, dass Sie in dem Moment einfach mal nicht denken. Wird keine einfache Meditation? Ganz klar, wenn Sie mögen, können Sie Ihre Kommentare ja ergänzen. Jetzt aber zur Meditation. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.